Nadia Benaissa freut sich riesig über Lukis Dschungelsieg Ihre No Angels Kollegin freut sich riesig für sie Am Sonntagabend ging die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps mit einem packenden Finale zu Ende Letztendlich konnte Lucy Diakowska, 47, die Zuschauer überzeugen und sich die Krone sichern Zahlreiche Fans und Prominente freuen sich für die Sängerin Die Glückwünsche einer Person dürften ihr vermutlich mit am meisten bedeuten So sehr freut sich Nadia Benaissa, 41, über Lukis Dschungelsieg Bei Ich bin ein Star holt mich hier raus Die Stunde danach spricht Bandkollegin Nadia mit Angela Fingererben, 44, und Olivia Jones, 54, über die Krönung ihrer Freundin Ich freue mich so für sie, ich bin so glücklich, dass sie es geschafft hat, freut sich die 41-Jährige Zwar habe jeder den Sieg verdient, doch Lucy habe extrem dafür gearbeitet Wie viel ihr das bedeutet, das geht mir so ans Herz, schwärmt sie weiter Lucy selbst konnte gar nicht glauben, dass sie die neue Dschungelkönigin ist Ich danke euch allen, dass ihr mir diesen Zepter anvertraut Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen, sagte sie kurz nach ihrem Sieg im Baumhaus Zuvor hatte sie noch einige Minuten alleine im Camp verbracht und dabei geweint Ich meine, es ist sie nicht enttäuschen, aber ich bin so glücklich, dass sie die Mammhaus Wirklichkeit haben, was ich immer wieder schifte euch rein? Du bist eine Mammhaus, wenn ich praktisch gut oder nicht so glücklich, dass sie sich gerne Und das sind in der zweiten Zepter an die Dschungelkönigin ist Untertitelung des ZDF, 2020